hallo werte abonnenten und hoffentlich auch bald baldige abonnenten ich zeige euch jetzt mal fix wo ihr alle leuchtfeuer finden könnt zuallererst ganz einfach und leicht wäre es am weiler vorne zwar so ein bisschen hin und her der weiler kommt nach dem boss fight im moor gegen den verstummten heiligen heißt der gute dann könnt ihr hier direkt hin laufen je nachdem ob ihr schon die gebiete geklärt hat oder nicht ist das ja auf jeden fall eines der ersten die ihr findet beziehungsweise das erste ihr kommt in den boss halt rein rechts von mir das baut ihr dann und könnt runter latschen und da habt ihr das erste feuer was sie klären müsst je nachdem welches ende jahren strebt müsste einmal neu hin oder auch eben nicht den erklärt noch mal ein anderem video mit zeige euch nochmal fix wo die ganzen leuchtfeuer versteckt sind so schwierig ist das aktuell auch nicht auch wenn man am anfang ein bisschen viel suchen muss so wie man überall hinkommt habe ich tatsächlich auch hochgeladen ist ein video zu online gegangen vor ein paar tagen könnt ihr mal reinschauen so dann brauchen wir lehen also das schneegebiet und da kommt ihr hin wenn ihr anderes und app quest reihe gemacht habe habe ich auch hochgeladen da müsst ihr bei der windmühle rein in das schneegebiet und taucht anschließend am lässt auf das der letzte boss kampf gegen den raben achtung spoiler so ihr geht hier beim boss kampf rein dann klärt ihr den weg der ist auch nicht so schwer das leicht und geht dann hier runter viel mehr ist das nicht dann geht hier nur noch geradeaus ein paar leiter nach oben im türmchen das zeige ich euch von hier so ihr geht dann davon den ganzen weg lang wo diese längliche fand brücke palissaden weil wie auch immer die turm seht ihr da müsst ihr reingehen die ganze leiter nach oben fertig das wäre leuchtfeuer nummer zwei das sind halt die startgebiete wo man am schnellsten dran kommt also moor und das schneegebiet so dann sparen wir mal bestenfalls bei der abtei andernfalls beim librosarium hängen quasi zusammen so oder so geht das relativ leicht wir nehmen mal die abtei wie man dahin kommt wäre der fahrt über den glocken weg also über den sparen glocken irgendwas gibt nur einfach das weiß da geht dann fix sind und macht er mal mit dem pilgerschlüssel alles auf wie man den turm reingeht habe ich auch schon bereits hochgeladen aber ich zeige mal fix den weg wie man hier runter geht den müsstet ihr eigentlich kenne aber auch noch mal so verständnis halber damit das auch gesehen habt die haue ich mal eben kurz um weil sie uns ab nerven werden dann hat schon einfach hier durch wie gesagt von der abtei runter oder vom librosarium hoch so oder so kommt ihr hier vorne an dem türchen rein und raus wie auch immer jemand das nennen möchte hier wartet dann der sturm und auf euch und seiner quest dann müsst ihr noch hier vorne einmal durch und den turm fertig machen das sind schlecht ich dachte eigentlich dass die nicht mehr machen und dann seid ihr damit auch durch da könnt ihr an der seite hofer mit dem aufzug wo genau der ist und was ihr machen müsst habe ich auch hochgeladen ein video ist gar nicht so schwer das hat der turm ganz oben ist das leuchtfeuer bis jetzt meine so wenn ihr das gebiet hier weitermacht kommt ihr oben beim imperium an auch nicht so schwierig ihr macht hier den ganzen weg fertig zeige ich auch mal schnell klar die tür da vorne ist jetzt zu aber das auch im grunde ganz egal weil die noch ab da gerade auslaufen ist damit in den schlüssel bekommt es sehen die umbral welt dann da lang gehen rein und rechts euch den schlüssel besorgen und dann könnt ihr hier unten die tür öffnen und seit schon am letzten leuchtfeuer was direkt dahinter ist dass auch der bosskampf gegen die justitia clerica nicht unbedingt leicht wenn ihr noch anfänger seid ruht euch vielleicht ein bisschen hilfe so der letzte punkt wo ihr hin müsst wäre in kallrad da da kommt dadurch die mine hin müsste einfach hochfahren nach den hauträuber den weg habe ich auch hochgeladen aber ich mache das halt in kurzversion heute nicht wundern entweder kommt ihr aus die mine hier direkt hoch und macht es hier fertig oder aber ihr macht halt den anderen weg das wäre von himmelsrast aus dem weg habe ich auch hochgeladen wäre also auch kein problem so ihr müsst halt hier in der umbral welt einmal rein da vorne vor mir ist eine kleine leiter der geht ihr hoch macht kurz die hexe kalt und links davon ist so eine umbral figur die stoppt alles dann macht ihr nur den weg fertig und seid auch beim letzten leuchtfeuer das ganze ist gar nicht so schwierig es sind halt nur die fünf hier ist das letzte gebiet da leuchtet es zwar auch ein bisschen also da in der richtung später ist halt die burg aber das ist alles egal was dahinter ist das halt das endgame die fünf dinger hier die müssen sie halt am anfang gemacht haben damit ihr überhaupt da rein kommt oder auch nicht gemacht haben je nachdem welches ende ihr anstrebt es gibt ja drei für zwei müsst ihr halt entweder alle oder keins berühren beziehungsweise keins berühren aber später schon mit an die es ruhe aber dazu ein anderes mal so wenn das euch geholfen hat das gern mal abo da wenn die fragen hat fragt ich bin wie gewöhnlich weil da bis dahin jetzt